3... Ach, Tocciou muss nur Lulu. Ok. 3... 2... Los! 3... Sehr gut! Die erste Rechtskurve im zweiten Gang mit 4 kmh. Toll! Toll machst du das! Eine Linkskurve! Oh mein Gott! Der Ball! Der Ball läuft über die Ziellinie! Was soll man da machen? Er läuft ihm hinterher! Was soll man machen? Oh mein Gott! So, erneut aufgenommen! Die lange Gerade! Oh, 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 oh! Gleich rechts! Oh, jetzt korrigiert er! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Macht er das! Er fährt in die Steilkurve! In die Steilkurve! Oh mein Gott! Der Ball ist hinter ihm! Was macht er nur? Oh! Sehr gut! So, Tocciou! Gib Gas! Gas! Die Zeit! 42! 43! 44! 45 Sekunden! Oje! Oje! Ballverlust! Er setzt neu an! Und gehen wir! Und er lässt er Chimera an! Joe ist in der Schikane! Probiert jetzt an zu täuschen über den Hügel, dass der Baubi nicht zu weit fliegt! Er lässt ihn ausrollen! Und! Oje! 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 Der Schiri hilft ihm! Sehr gut! Sehr gut! So, die erste Runde, Rundenzeit 1.26 Uhr, schau mal, musst du ein bisschen Gas geben. So, Joe weiter in der Steilkurve, ersetzt an mit 426 kmh, gemessen, oder geschätzt. So, Fettgefahren, wir stehen bei einer Zeit von 2 Minuten und 22 Sekunden. Schau, das schaffst du noch. Nur nicht nervös werden können, lass uns nicht ablenken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Joe hat ja lange Übungen gehabt, er war ernstig über den Fluch. Naja, man muss dazu sagen, der Joe hat schon die letzten 3 Wochen im Garten geübt, gell? Also eigentlich sollte man ihn aus der Wertung nehmen. 2 Minuten 44, 45, 46, 47, 48, 49, oh, 2 Minuten 49 und 6 Hundertstel. Joe war ernstig über den Fluch. So, das sind deine Kisten, gell? Das tut das 3. So, zweiter Versuch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und fressen. Jawohl, es sind alle 10 Punkte. Die kleinen Kinder, die Hände in die Höhe und Wicke, gehen wir, gehen wir, Wicke, jawohl. Stimmung! Ohne Retourgang! Schon ohne Retourgang! 10 Punkte und oh! Knapp vorbei, aber er hat sich bemüht. So, 3, 2, 1, Ja, danke! Hallo! 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 Geht er? Okay, abhören, statt da. So, Karosserie. So, mit dem Auto. Geht schon, du mal rein. So, geht vor, pass auf! Und er gibt die Hände hin. So, auf 3, go! 3, 2, and go! Okay, aus, aus, aus! Passt schon! So! So! Geht sich das aus, Hans? Okay! 1, 2, 3, 2, go! Welcher, er raucht auf? Ja, passt, 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 der Junior hat gewonnen. Bravo! ... 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 Jetzt kommt er auf die Pläne. 1, 2, 3! Hallo! Bist du nicht? Den hat er jetzt auch. Ja, gut, dass er mir kriegt hat. Ja, tschau, ich glaube, du musst das Video ausschauen. Ein Schritt machen ist doch noch gut, oder?